Wir sollten ja immer ein Wunder erwarten können. Amen. Zu jeder Zeit, denn wenn der Herr derselbe ist, dann ist auch heute Abend ein Moment, um Wunder zu erleben, Heilung zu erleben, was auch immer es ist, was du benötigst, was du brauchst. An diesen unseren Heilungsabenden geht es ja nicht nur um körperliche Heilung, es geht eigentlich um einfach Heilung, um das Wohlbringende zu erleben von Gott, wofür Jesus für uns gekommen ist. Amen. Und wir werden heute Abend euch ein Wort bringen, das euren Glauben stärken soll. Wir werden für diejenigen beten, die Gebet benötigen und werden euch dann auch einmal am Schluss noch Gelegenheit geben, um Gott zu segnen mit unseren Gaben, mit unserem Leben, mit dem, womit er uns gesegnet hat. Amen. Glory to God. Glory to God. Gott ist gut. Alle Zeit. Wer hat schon mal übernatürliche Heilung erlebt vom Herrn? Wow. Guck mal an. Also ich bin eine gute Gesellschaft hier. Und deswegen sind diese Abend nicht nur gedacht für diejenigen, die vielleicht krank sind oder am Kämpfen sind im Moment, sondern eben auch, damit auch wir gebraucht werden können, um diese gute Nachricht hinauszubringen in die Welt, wo wir sind. Denn der Herr hat gesagt, legt Hände auf die Kranken, sie werden genesen. Das ist nicht nur für Pastoren gedacht, sondern das ist auch für jeden Einzelnen von euch, dass Gott euch gebrauchen möchte dazu. Amen. Mögen wir uns stärken lassen durch sein Wort und dazu könnt ihr mit mir aufschlagen zum Markus-Evangelium Kapitel 5. Ich möchte von einer bekannten Geschichte ausgehen und mein Thema heute Abend heisst Dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Das sind eigentlich Worte, die Jesus gesprochen hat zu dieser Frau hier in Markus Kapitel 5. Auch an anderen Orten hat er diesen Ausdruck gebracht und gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Und wenn Jesus das mal gesagt hat zu jemandem, dann wenn wir wissen, dass Gott kein Anseher der Person ist, dann kannst du auch wissen, dass dein Glaube auch dich heilen kann. Dein Glaube an Gott, dein Glaube an sein Wort, dein Glaube an dem, was Jesus für dich vollbracht und getan hat. Und da will ich dich einfach heute Abend noch einmal von neuem ermutigen, noch einmal von neuem stärken da drin, dass du wissen kannst, dein Glaube kann auch dich auch heilen heute Abend. Amen. Und dazu Markus Kapitel 5. Ich muss es noch finden. Ich bin noch nicht da. Markus 5, genau. Und wir beginnen zu lesen ab Vers 25. Und es war eine Frau, die zwölf Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und all ihrer Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickt umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Vers 34, von dem Vers hier habe ich genommen den Titel für heute Abend. Jesus sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Das ist natürlich eine gewaltige Aussage hier, die Jesus macht. Er sagte ja nicht, dass Gott sie geheilt hat, obwohl selbstverständlich ist das der Fall. Er hat ja nicht gesagt, dass die Kraft, die von Jesus ausgegangen ist, sie geheilt hat, obwohl das auch hiermit eine Rolle gespielt hat. Sondern er sagt hier eigentlich das, was am wichtigsten war, damit diese Frau Heilung empfangen hatte, sagt er, dein Glaube hat dich geheilt. Nicht der Glaube Gottes, nicht der Glaube von Jesus, sondern ihr Glaube hat sie geheilt. Und wenn ihr Glaube sie geheilt hat, dann können wir auch verstehen, warum kann nicht auch dein Glaube auch dich heilen. Er hat hier nicht gesagt, sie geheilt worden ist, weil es war Gottes Wille jetzt in dem Moment. Endlich hat ihr Tag geschlagen. Endlich war es Zeit für sie, dass sie es jetzt verdient hat. Also er sagt hier nicht, es hat nicht damit in erster Linie zu tun, dass Gott jetzt sich entschieden hat, sie zu heilen, als vielmehr, dass Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Und somit sagt es uns aus, dass eigentlich er es in unserer Hand gibt, wenn wir uns hier an diese Geschichte orientieren, dass in unserer Hand liegt, ob wir Heilung empfangen oder auch nicht. Wenn er sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Und da wollen wir hier anschauen in dieser Geschichte. Ein paar wichtige Punkte, die eigentlich zum Ausdruck bringen, wenn man Glauben hat, wie auch bei dieser Frau hier. Und wenn man diese vier Punkte eigentlich einhält und tut, dann ist es genauso, dass dein Glaube dasselbe bewirkt, wie es auch für sie gewirkt hat. Bestehen wir wohl hier, dass Gott hat kein Ansehen der Person hier. Das ist nicht nur eine Geschichte von damals, schön für diese Frau, sondern dass er hier uns aufzeigt, anhand von diesen Geschichten überhaupt in den Evangelien, dass dies Präzedenzfälle sind. Also wir können lernen, anhand von der Geschichte hier, wie auch Gott heute auch genauso in unserem Leben auch wirkt. Ich finde es nämlich interessant, wenn wir nämlich hier schauen, als die Frau ihre Heilung empfangen hatte, es heisst nämlich hier, dass Jesus wandte sich um und fragte, wer hat ihn angerührt. Und die ganze Volksmenge, die um ihn herum war, drängte auf ihn ein. Die Jünger haben ihn so umgeben, damit er nicht erstickt worden ist. Jesus war hier ja auf dem Weg zum Haus von Jairus, um für seine Tochter zu beten, die kurz zuvor eigentlich gestorben war. Und damit Jesus nicht erdrückt werden würde von der Menge, die ständig auf ihn eindrängte, hat Jesus plötzlich stehen geblieben, hat gefragt, wer hat mich angerührt. Und die Jünger natürlich denken, außer sich, was ist denn mit dir los, Herr? Alle rühren dich an. Und Jesus merkte, nein, eine bestimmte Frau hat ihn angerührt, weil Kraft ist von ihm ausgegangen. Seht ihr das hier? Es heisst nämlich hier Vers 30, Sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um der Volksmengen und sprach, wer hat man gewandt, angerührt. Nun, ist es nicht interessant, hier festzustellen einmal, dass Jesus nicht einmal wusste, wer durch die Kraft, die durch ihn geflossen ist, geheilt worden ist. Also es war nicht die Frage, die Gott, die Jesus an Gott stellte, ja, lieber Gott, lieber Vater im Himmel, willst du jetzt diese Frau heilen oder nicht? Und dann, dass er für sie gebetet hat. Nein, sondern die Kraft ist aus Jesus rausgeflossen. Und warum? Weil diese Frau Glauben hatte, wenn sie ihn anrührte, dass sie geheilt werden würde. Also es war nicht die Entscheidung Jesu in erster Linie, dass diese Frau zur Heilung verholfen hat. Weil Jesus wusste nicht einmal, wer es war. Also kann es ja nicht seine Entscheidung gewesen sein, ja, ich entscheide mich dafür, dich zu heilen. Und er wusste nicht einmal, wer es war und musste fragen, wer ist es hier, oder, der diese Kraft von mir gezogen hat. Darum sagt auch Jesus zu ihr dann am Schluss nachher, dein Glaube hat dich geheilt. Also es war die Frau, die die Initiative ergriffen hat, natürlich gestützt darauf, dass sie wusste, dass es der Wille Gottes war, zu heilen. Woher hat diese Frau das gewusst denn? Woher ist diese Frau überhaupt auf die Idee gekommen, dass wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden? Weil sie zuvor gehört hat, an anderen Heilungsversammlungen, die Jesus gehabt hat, dass als Menschen nur ihn anrührten, dass sie geheilt wurden. Schau mal hier ein paar solche Stellen an, mal ganz kurz. Und zwar in Lukas Kapitel 6. Lukas Kapitel 6. Und Vers 17. Es heisst hier nämlich, Und als Jesus mit ihnen herabgestiegen war, trat er auf einen ebenen Platz und eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa und Jerusalem und von der See, Küste von Tyrus und Sidon, also von überall, die kamen, ihn zu hören, um von ihren Krankheiten geheilt zu werden, und die von unreinen Geisten geplagten wurden geheilt, und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Hier haben wir eine Situation, wo die Kraft, die von Jesus ausgegangen war, eigentlich jeden geheilt hat, der ihn nur angerührt hat. Jedoch in der Situation, die wir jetzt gelesen haben, von der Frau mit dem Blutfluss, wissen wir, dass nur sie, obwohl viele auf ihn eingedrängt sind, wahrscheinlich auch andere, die eben Heilung benötigt haben, hier sehen wir, dass die Kraft nicht so stark war in dem Moment, dass jetzt jeder geheilt worden ist, der ihn anrührte. Aber was die entscheidende Rolle gespielt hat, war, dass diese Frau Glauben hatte. Dein Glaube hat dich geheilt. Es war also nicht einfach nur die Kraft Gottes, und wenn wir warten darauf, dass einfach die Kraft Gottes so stark ist, dass wir nur durch die Kraft Gottes dann geheilt werden, kannst du vielleicht lange warten, und, wie gesagt, an der Krankheit sterben. Aber man braucht nicht an der Krankheit zu sterben. Man braucht nicht zu warten, bis Gottes Kraft in einer Art und Weise sich so stark manifestiert, wie hier in Lukas Kapitel 6, dass jeder, der ihn anrührte, geheilt worden ist. Du kannst deinen Glauben damit verbinden, sodass es heißen kann, dein Glaube hat dich geheilt. In Lukas 6 hätten andere sagen müssen, es war die Kraft Gottes, die mich geheilt hat. Obwohl das auch eine Rolle gespielt hat. Aber warum hat die Kraft Gottes eine Rolle gespielt, bei dieser Frau mit dem Blutfluss, aber bei allen anderen nicht? Weil sie Glauben hatte. Das war der entscheidende Punkt. Also, wenn wir warten wollen, bis Gott irgendwas unternimmt, dass Gott irgendwo seine Kraft vom Himmel schießen lässt auf uns runter, oder einen Engel schickt, oder sonst irgendwas, dann kann es sein, dass du vielleicht lange warten musst. Aber wenn du dich entscheidest, nein, ich will glauben, so wie diese Frau, ich habe gehört, dass wenn jemand sein Gewand anrührt, oder, hörte von den Versammlungen, wo andere ihn einfach nur anrührten, sagte sie, ich brauche nur sein Gewand anzurühren, so wird mir geholfen, oder so werde ich geheilt. Da war ihr Glaube. Und Jesus sagte am Schluss, es war nicht seine Kraft in erster Linie, obwohl das auch mitgewirkt hat, sondern es war ihr Glaube. Und ihr Glaube hat die Kraft Gottes freigesetzt. Moment. Also, wenn wir noch einmal zurückgehen zu dieser Geschichte, Markus Kapitel 5, und schauen hier an, dieser Situation, und ist interessant, ich weiss nicht, wer die Literatur von Kenneth Hagen schon mal gelesen hat, ich hoffe jeder von euch, wenn nicht, dann solltet ihr unbedingt. Es gibt ein Buch, das heisst Wachsen der Glaube, ein kleines Buch, es gibt auch ein noch dickeres davon. Und Kenneth Hagen erzählt darin eine Vision, die er gehabt hat, er hat ja einige Visionen gehabt, wo Jesus ihm erschienen ist, ob du daran glauben willst oder nicht, das ist deine eigene Entscheidung. Wobei das Schöne beim Kenneth Hagen war, er hat niemals diese Visionen oder etwas, was er in diese Visionen gehört hat, höher gestellt, als was das Wort Gottes gesagt hat. Das ist das Entscheidende. Pass auf, es gibt viele Bücher, auch christliche Bücher, christliche Buchhandlungen, von Leuten, die Visionen gehabt haben, aber du musst dann manchmal richtig suchen, gibt es irgendwo an einer Bibelstelle, die das eigentlich unterstützt, was sie eigentlich einem mitteilen wollen. Und wenn das nicht vom Wort her unterstützt wird, dann lass die Vision schön und gut, aber ja, tu das einfach auf die Seite. Du kannst dein Leben nicht stützen auf eine Vision von jemandem. Und so war Kenneth Hagen immer darin, auch gut, immer zu schauen, Herr, du musst das, was du mir sagst, das musst du bestätigen mit dem Wort. Entschuldigung. Nun, eine Vision, die er gehabt hat, war, eines Abends, er war in Phoenix, Arizona, und er hat plötzlich eine starke Last bekommen, um zu beten, und so bat er den Pastor am Abend nach der Versammlung, gemeinsam mit ihm zu beten, haben 45 Minuten lang ganz stark und heftig in anderen Sprachen gebetet, und der Herr zeigte ihm dann auf, wie am kommenden Sonntagabend in der Gemeinde, wie ein 72-jähriger Mann hereinkommen wird, der nicht gerettet ist, dem es die letzte Chance sein wird, wirklich Jesus Christus anzunehmen. Und genau so geschah es dann. Dann plötzlich ist der Herr Jesus, dem Kenneth Hagen auch erschienen, hat ihm einige Dinge gesagt über seinen Dienst, und dann gab es ein Gespräch, weil Kenneth Hagen sagt ihm, Herr, ich habe seit längerem in meinem Geist irgendwo eine Botschaft als diese Geschichte von einer blutflüssigen Frau, aber ich kann sie nicht wirklich ergreifen. Kannst du mir helfen? Und Jesus hat ihm dann darin geführt und hat ihm dann vier Punkte gegeben und sagt ihm eigentlich zu dieser Geschichte hier, die Jesus ihm eigentlich aufzeigte, und diese vier Punkte will ich eigentlich mit euch auch angehen, aber Jesus sagte zu ihm, schreibe eins, zwei, drei, viermal auf, und diese Vision, die er Kenneth Hagen hatte, war eine Vision, wo er eigentlich mit geschlossenen Augen den Herrn sah. In dem Moment, wo er seine Augen aufmachte, um Bleistift und Stift zu holen, sah er Jesus nicht mehr. Als er seine Augen wieder schloss, plötzlich war Jesus wieder vor ihm da. Und er schrieb mit geschlossenen Augen, eins, zwei, drei, vier, wie der Herr es ihm gesagt hat, was er aufschreiben sollte zu dieser Predigt. Und er sagt ihm, wenn jemand, egal wo er sich befindet, diese vier Schritte geht, diese vier Grundsätze anwendet, dann wird er in jedem Fall das bekommen, was er von mir oder von Gott, dem Vater, haben möchte. Das ist das, was der Herr Jesus Kenneth Hagen sagte in dieser Vision. Und dann geht er auf vier Schritte, die er eben aus dieser Geschichte von der Frau mit dem Blutfluss herausnimmt. Und die will ich mit euch eigentlich auch anschauen. Die vier Schritte sind ganz einfach zusammengesetzt. Erstens einmal, dass die Frau gesprochen hat, was sie glaubte. Zweitens, dass sie gehandelt hat. Drittens, dass sie empfangen hat. Und viertens, dass sie dann das auch erzählte oder Zeugnis davon gab. Das sind die vier Schritte. Und die wollen wir jetzt kurz miteinander ein bisschen hervorheben und auch anschauen. Und in anderen Worten, also wenn du das selber machst wie diese Frau, wo Jesus ja sagte, dein Glaube hat dich geheilt, dann sind es dieselben Schritte, die genauso dein Glauben dazu bringen, dass dein Glauben dir Heilung auch bringt. Oder was auch immer es ist. Das braucht nicht nur Heilung, körperlich Heilung zu sein. Das kann auch in jedem anderen Bereich sein. Das kann im finanziellen Bereich und das kann unterschiedlich sein. Natürlich je nachdem, was für ein Bereich es ist, braucht vielleicht etwas, ein bisschen mehr Zeit, um zu wirken. Das zum Beispiel, wie mit einem Bauer, oder, der einen Samen sät. Der kann nicht nur gleich am nächsten Tag gehen und schon die Ernte einholen. Das braucht Zeit. Manchmal auch finanzielle Dinge, die du benötigst, braucht man Zeit, wo man sät, bis das eigentlich in die Wege geleitet wird, wo eben der Segen dann auch zurückkommt. Also nicht immer ist alles immer sofort. Hier in diesem Fall von dieser Frau, da war ihr Glaube da, hat sie natürlich in dem Moment auch sofort empfangen. Aber schauen wir an hier, der erste Schritt, den sie gemacht hat, was war die Situation? Sie hatte zwölf Jahre einen Blutfluss. In anderen Worten, ihr fehlte eigentlich die weisse Blutkörper. In anderen Worten, wenn sie sich geschnitten hat, dann hat sie einfach geblutet. Hat nicht aufgehört. Man konnte eine Pflasse drauf tun, also es hörte nicht auf zu bluten. Und auch wenn sie ihre Periode bekam, auch da war es natürlich sehr schlimm mit ihr, weil sie hat so viel Blut verloren, sie war einfach wirklich sehr, sehr schwach. Nun, in der jüdischen Gesellschaft war es nämlich so, dass wenn du natürlich als Frau deine Tage hattest und geblutet hast, dann warst du als unrein angesehen und so durftest du nicht unter der Gesellschaft dich bewegen. Man muss eine Zeit lang außerhalb der Gesellschaft sein, sie hat natürlich nicht all die Annehmlichkeiten, die man eben auch heute hat, damals. Und so diese Frau, die ist natürlich bei vielen Ärzten gewesen und hat ihre ganze Habe, also scheinbar war sie eine gut wohlhabende Frau, aber hat bereits schon all ihr Habe, ihr Geld, alles aufgewendet, die Ärzte konnten nichts mehr für sie tun und sogar es ist noch viel mehr schlimmer mit ihr geworden. Das heisst nicht unbedingt, dass die Ärzte es schlimmer mit ihr gemacht haben, aber was auch immer, es ist nicht besser geworden. Und es heisst Vers 27, und als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten, rührte sein Gewand an, denn sie sagte, und hier ist der erste Schritt, sie sagte etwas, sie sprach etwas, sie sagte nämlich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt. Sie sagte, also der erste Schritt im Glauben, was biblischer Glaube ausmacht, ist das, was du sagst. Wir haben auch in den letzten Wochen am Sonntagsgottesdiensten auch dieses Thema aufgenommen. In Sprüche, in Kapitel 18, es steht dort in Vers 21, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Die Bibel ist voll von der Bedeutung unserer Worte. Und wenn du wirklich von Gott empfangen willst, dann musst du zu dem Punkt kommen, wo du anfängst, das zu sagen, was du haben willst. Was das Wort sagt. Wenn du es nicht mit eigenen Worten sprichst und sagst, was eigentlich dem Glauben die Kraft gibt, Markus 11, 23, Jesus sagte auch da, dass wer zu diesem Berg spreche, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaub, dass das, was er sagt, so wird es ihm zuteil werden. Das, was er sagt. Also was du sagst, spielt eine entscheidende Rolle. Und somit ist es natürlich von Vorteil, dass dein Glaube am Wirken bleibt, jedes Mal, wenn du daran denkst oder daran erinnert wirst, aufgrund von widrigen Umständen, aufgrund von Schmerzen, aufgrund von Berichten, aufgrund von irgendwas, nimm das einfach als Erinnerung, Gott dafür zu danken, für das, was sein Wort sagt. Durch Jesu Wunden bin ich geheilt worden. Aber man muss es sagen. Glaub mir, ich weiss es, ich lebe auch in dieser Welt, oder? Und ich weiss, wie manchmal man das einfach von sich gehen lässt, dass man es eigentlich, man denkt es vielleicht, aber man sagt es nicht oft genug. Man muss es sagen, man muss es sprechen. Diese Frau sagte, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden. Sie sagte es. Schritt Nummer eins ist, sprechen und sagen. Sag es. Was hat Gott dem Abraham gesagt? Was er tun sollte? 25 Jahre lang hatte nun eigentlich, also eigentlich war es 24 jetzt, 24 Jahre lang, oder? Wartet immer noch auf einen Sohn. Schliesslich kommt der Herr zu ihm und sagt ihm, Abraham, ich ändere deinen Namen auf Abraham. Von grosser Vater zu Vater vieler Völker. In anderen Worten, du hast Nachkommenschaft. Ja? Nicht einfach nur ein grosser Vater bist du, ein grosser Herr bist du, sondern du bist ein Vater vieler Völker. Gott endete seinen Namen und wenn du es liest im Alten Testament, wirst du merken, dass innerhalb von einem Jahr hatte dann Isaac mit Sarah, seiner Frau, zur Welt gebracht. Aber was tat der Herr? Der Herr sagte, du heisst jetzt Abraham. In anderen Worten, Abraham sollte anfangen, sich selber Abraham zu nennen. Gott nennt das, was nicht ist, als wäre es da. Römer 4, Vers 17. Es gibt viele Stellen. Also ich könnte den ganzen Abend nur über das sprechen. Aber ich will einfach mal die vier Punkte durchgehen. Die Wichtigkeit, dass du sprichst und dass du sagst. Sag es. Sag es hunderttausendmal am Tag, wenn es notwendig ist. Sprich es einmal. Nun, es ist nicht so, dass du es dadurch von Gott verdienst. Das ist natürlich wiederum falsch. Das ist so, wie man früher gesagt hat, nehm it, claim it, oder? Also wenn du es genügend einfach gesagt hast, dann hat Gott einmal Mitleid mit dir, ja endlich, ja gebe ich es dir jetzt. Nein, nein, es hat nicht mit dem zu tun. Dass wir irgendwie etwas von Gott verdienen durch unser vieles, vieles Gerede. Wie Jesus auch den heuchlenden Pharisäern gesagt hat, oder? Ihr meint aufgrund eures vielen Redens, eure Gebete, dass ihr dadurch was von Gott bekommt. Vergesst es. Also nicht durch das viele Reden, dass wir eigentlich dadurch etwas von Gott verdienen, sondern durch das viele Reden, setzen wir unseren Glauben frei. Das ist was wir tun. Wir sprechen, wie es eben heisst, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Du sprichst über dein Leben, du sprichst über deinen Körper, du sprichst deinen Glauben auch aus hier. Wie diese Frau, also erstens, was tat sie? Es heisst, sie kam in der Volksmenge von hinten, rührte sein Gewand an, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes. Nun, das Zweite, was sie tat, nachdem sie gesprochen hatte, sie handelte. Du musst deinem Glauben irgendeine Handlung hinzutun. Natürlich eine Handlung, die du immer machen kannst, ist das, was du sprichst. Das ist schon mal eine Handlung. Aber was kannst du noch für eine weitere Handlung machen, um dich in Richtung von der Verheißung zu bewegen? Was konnte diese Frau tun? Ja, sie sagte, weil sie hat nämlich davon gehört, dass wenn Menschen nur das Gewand Jesu angerührt haben, dass Kraft geflossen ist und Menschen geheilt hat. Also, da war ihr Glaube. Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Ja, nur, da hätte sie lange warten können, bis Jesus zu ihr kommt, oder, und sagt, liebe Frau, bitte rühr mein Kleid an. Jesus ist nicht zu ihr gekommen. Sie musste zu Jesus gehen. Jesus wusste nicht von ihrer Situation. Selbst in dem Moment, wo sie ihn angerührt hat, hat er nicht davon gewusst. Aber sie musste sich durch die Volksmenge hindurchbegeben. Jetzt erstens mal muss man verstehen, dass ihre Handlung nicht eine einfache Handlung war. Wir wissen aus der Geschichte heraus, dass die ganze Volksmenge bedrängte Jesus. Also sie waren eng aneinander. Sie schubsten, oder? Und drängten um Jesus herum. Die Jünger mussten dafür sorgen, dass Jesus sich noch vorwärts bewegen konnte. Und als Jesus sogar fragt, wer hat mich angerührt, sind die Jünger, oder was redest du, oder? Siehst du nicht, wie die Volksmenge auf dich eindrängt? Also es war nicht einfach für diese Frau, die ja bereits schon sehr schwach war, weil sie sehr viel Blut verloren hat. Zwölf Jahre lang hat sie dieses gebrechen. Zwölf Jahre. Also es war nicht eine Sache, wo sie einfach sagte, ja, wenn Gott es will, dann wird der Herr Jesus einfach gerade meine Haustür vorbeibringen. Ja, damit ich mich nur aus dem Fenster rausstrecken muss und sein Gewand anrühren. Und darin sehen wir, dass sie wirklich glaubte. Sie war überzeugt von dem. Es war nicht einfach nur, ja, wir versuchen es mal. Ja, wenn der Herr will, dann macht er es. Und wenn nicht, dann wird auch Jesus nicht kommen. Nein, sie nahm es auf sich. Und eigentlich hat sie etwas getan, was sie nicht hätte tun sollen. Sie durfte eigentlich sich gar nicht bewegen unter dem Volk in solcher freier Art und Weise, weil sie eben ja blutflüssige Frau war. Unrein war. Also das heißt, gemäß jüdischem Gesetz war es eigentlich ihnen sogar vorgelegt, dass sie hätten die Frau sogar steinigen können. So war es im Gesetz. Wenn jemand unreines sich bewegt unter der Bevölkerung. Also wir sehen hier, die Frau, es war nicht einfach nur eine lockere Sache, mal gucken, ja, ich gehe mal einfach mal schnell zu Haberian hin und rühre sein Hemd an, oder? Es war nicht eine einfache Sache. Und somit auch die zweite, der zweite Schritt, den wir hier einmal mal anschauen, ist, welche Handlung können wir machen? Welche Handlung? Wenn wir wirklich glauben. Wie können wir in Richtung der Verheißung uns bewegen? Was heisst das? Und vielleicht brauchst du einfach auch da irgendwo eine Offenbarung vom Herrn. Du kannst immer beginnen mit dem, was du sprichst, mit dem, was du sagst. Du kannst immer das Wort Gottes sagen. Das ist was, das Wort Bekennen auch bedeutet. Für alle, wenn wir von Bekennen hören, dann denken wir immer an Sünden bekennen. Aber das Neue Testament eigentlich benutzt das Wort Bekennen viel mehr dafür, nicht dass man Sünden bekennen soll, als viel mehr dafür, dass man das bekennen soll, was Gott sagt. Bekennen heisst nichts anderes in der griechischen Sprache als dasselbe sagen wie. Das ist das griechische Wort dafür, dass man dasselbe spricht, dasselbe zugibt. Und Bekennen heisst, dass ich eigentlich das sage, was Gott über mich sagt, wie Abraham anfing zu sagen, ich heisse Abraham, weil Gott mich Abraham nennt. Gott hat gesagt, ich werde ein Vater vieler Völker werden, außer sage ich von mir selbst, was Gott von mir sagt. Obwohl es noch nicht so ist. Äußerlich. Aber ich sage es. Weil Gott es sagt. Und zweitens eben, hier eben mit Handeln. Was kannst du tun? Was für eine Handlung kannst du machen? Wenn du Gott vertraust für etwas, was du brauchst, oder? Du brauchst irgendwas Neues zu Hause, wie jemand, der vielleicht neuer Couchtisch oder neuer Esstisch braucht oder so und du glaubst, dass du das bekommst, dann musst du natürlich Platz freimachen dafür. Ja, ich warte, bis es geliefert wird und dann schaffe ich Platz. Nein, das geht dann nicht. Du musst das eine raus, bevor du das andere reinkriegst. Was kannst du tun? Wie kannst du dich bewegen in Richtung der Verheißung? Drittens, wir sehen hier, was hat sie getan? Sie kam also dann zu Jesus, rührte sein Kleid an und es heisst hier Vers 29, sogleich verzrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmengen und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Also sie rührte sein Kleid an und empfing die Kraft Gottes. Glaube hat etwas zu tun mit Empfangen. Empfangen, oder eigentlich in der griechischen Sprache bedeutet das Wort Empfangen nicht einfach passiv empfangen, sondern aktiv empfangen. Aktiv, man könnte sogar das Wort nehmen dafür gebrauchen. Nicht im Sinn von nehmen, einfach etwas wegnehmen oder wegreißen, aber das Wort Empfangen heisst nicht einfach nur da hocken, sondern sich ausstecken und in Empfang nehmen. Wenn du etwas in Empfang nimmst, dann ist es eine aktive Handlung, nicht eine passive. Obwohl das, was du bekommst, oder, hast du nicht verdient, ist nicht aufgrund deinen eigenen Werken, es wird dir etwas geschenkt und gegeben, wie ich eben auch hier dem Hermann, oder, sagen kann, ich gebe dir diese Bibel und er muss sie nehmen. Oder wie die Schrift auch oftmals sagt, empfangen. Es ist nicht so, dass ich einfach das so mache, oder? So kommt Heilung nicht, so kommen die Verheißungen nicht, dass Gott sie uns einfach hinwirft. sie sind da für uns, er hat sie durch Jesus Christ für uns erkauft und er sagt, hier ist es, dein Erbrecht und du musst es nehmen. Das ist, was die Frau gemacht hat. Deswegen sagt Jesus, dein Glaube hat dich geheilt. Wir sehen, was die Frau alles getan hat, von sich aus. Sie sprach, sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, zweitens, sie handelte, sie hat es auf sich genommen, durch die Volksmenge hindurch zu gehen, wie auch immer sie das geschafft hat, oder? War wahrscheinlich nicht einfach, wahrscheinlich ihre letzte Kraft, oder? Die sie aufgewendet hat, könnt ihr ja vorstellen, alle anderen wollten auch drängen. Aber sie kam zu Jesus und als sie ihn anrührte, war sie bereit zu empfangen. Nicht, weil sie dachte, ich habe es verdient, nicht, weil sie dachte, ja jetzt, du schuldest mir das, Herr Jesus, sondern sie glaubte, dass es für auch sie war. Gottes Gnade wird mit Glauben empfangen. Amen. Und dann das vierte, das vierte, was hier heisst, und in Vers 32, und Jesus blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich, zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Sagt ihm die ganze Wahrheit. Sie sagte das, was geschehen war. Sie bekannte es, sie erzählte es. Es ist ganz wichtig, dass wenn du in einem Glaubensprozess drin bist und wenn du auch empfangen hast, dass du erzählst, was Jesus für dich getan hat. Mit dem mauerst du das fest. Eigentlich haben wir viel zu wenig Zeugnisse hier vorne. Am Sonntagmorgen. Man sollte viel mehr erzählen, was Jesus für dich getan hat, weil mit dem haust du den Pflock noch viel mehr rein. Also nur für sich selber zu behalten. Das ist der Grund, warum sehr oft Leute eben auch ihre Heilung auch verlieren. Weil sie es selber nicht eigentlich festhalten und Anspruch nehmen und es auch erzählen. Schauen wir eine andere Geschichte an, wo Jesus dieselbe Wortwahl gebraucht. Dein Glaube hat dich geheilt. In Markus Kapitel 10. Markus Kapitel 10. Und wir sehen auch hier diese gleiche Schritte hier, die dieser blinde Mann namens Bartimaeus auch gemacht hat, als Jesus nach Jericho kommt. Es heisst, sie kommen nach Jericho und als er und seine Jünger und eine grosse Volksmenge aus Jericho hinausgingen, sass der Sohn des Timaeus, Bartimaeus, ein blinder Bettler am Weg. Bartimaeus, Bar heisst Sohn, Timaeus, also Bartimaeus bedeutet, das war der Sohn von Timaeus. Timaeus aber, ist nicht unbedingt ein sehr schöner Name, weil im Griechischen bedeutet dieser Name Schmutz, schmutzig. Also er war der Sohn vom Schmutz, heisst es hier, oder vom Schmutzigen. Und der Bartimaeus war eben auch ein blinder Bettler am Weg hier. Seht ihr hier Vers 47. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien, zu sagen, Sohn Davids, Jesus erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr. Entdecken wir schon, wie sein Glaube im Wirken war. Alle anderen sagten zu ihm, sei still, du bist unwichtig, Jesus hat keine Zeit für dich, was schreist du da? Halt's Maul. Aber dem Bartimaeus war das egal, was die Leute sagten. Manchmal muss man zu dem Punkt kommen, dass man einfach sagt, ist mir egal, was Leute sagen. Was Leute denken. Was Leute meinen. Das ist manchmal unser Problem. Weil unser Glaube eben, wir sind nicht bereit, so weit zu handeln, weil es uns, ja, was werden die Leute denken, wenn ich sage, oder wenn ich rede, oder wenn ich dies oder jenes tue. Wie jemand, der, wie oft, wie oft habe ich gehört, eben Leute, die, die, ihre Füße waren ganz verdreht, oder? Aber eine Handlung ihres Glaubens war, sie gingen hin und haben bereits schon Schuhe gekauft. Wunderschöne, nicht die billigsten Schuhe, ja, für den Fall, dass es doch nicht klappt, sondern die, die besten und schönsten Schuhe, die sie sich vorstellen konnten, die sie anziehen wollten, ja, in dem Moment eben, wenn, wenn die Heilung dann auch eingetroffen ist, dass sie sie anziehen können. Eine Handlung des Glaubens. Hm? Ja, wir warten mal ab, und dann sehen wir. Das ist unser Problem oftmals. Wie kannst du dich in Richtung deiner Verheißung bewegen? Was kannst du tun? Was kannst du machen? Und so der Bartimaeus hier, was macht er hier? Es heisst, er schreit noch viel mehr, nachdem sie sagen, schweigen, sei still. Und Vers 49, und Jesus blieb stehen, und sagt, ruft ihn. Ist das nicht interessant? Ich würde meinen, Jesus müsste stehen bleiben, nachdem er das erste Mal geschrien hat. Aber Jesus bleibt erst hier stehen. Erst da bleibt er also stehen. Wie sehr willst du nämlich was? Denn das werden wir sehen hier, was er ihm nämlich sagt. Und sie rufen den Blinden, sagen zu ihm, sei guten Mutes. Ja, jetzt machen sie Mut, oder? Ja, so sind Leute, oder? Sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand, absprang auf, und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll. Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabbuni, das heisst Meister, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Auch hier wiederum, sagt er zum Blinden, Bartimaeus, nicht ich bin es, der in erster Linie dazu beigetragen hat, dass du geheilt wirst. Natürlich muss es mit dem Willen Gottes vereinbar sein. Da gehen wir mal davon aus, und das wissen wir von der Schrift her. Aber Jesus sagt ihm, Bartimaeus, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube. Wenn sein Glaube ihn geheilt hat, warum kann nicht dein Glaube auch dich heilen? Oder? In dem Römerbrief von Kapitel 10 und Vers 3 heisst es, dass Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Du sagst, ja, aber ich habe nicht so starken Glauben wie jemand anders. Oh, jetzt gebe ich dir mal was, du. In Markus in Kapitel 9 gehen wir nur ein kleines Stück zurück hier. Kurze Zwischenlage. Versandung. Markus Kapitel 9. Und zwar, nein, es ist nicht Markus, es ist die Stelle in Matthäus, Matthäus 17, Entschuldigung. Matthäus 17. Für diejenigen, die sagen, ja, weißt du, ich habe nicht so großen Glauben und so weiter. Hier heisst es nämlich, es ging um die Heilung eines Fallsüchtigen und die Jünger traten zu Jesus im Vers 19 und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können. Vers 20, Matthäus 17. Er bespricht zu ihnen wegen eures kleinen Glaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Aha, Jesus sagt hier eben, ihr Glaube war zu klein. Nein, 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 man muss natürlich das richtig verstehen hier. Inwieweit klein? Nicht klein in Bezug auf Menge, in Bezug auf Größe, weil er sagt dir hier nachher, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, ein Senfkorn, was Kleineses hätte er nicht nehmen können, das war der kleinste Samen, den es überhaupt gab im Land Israel, war der Senfkorn. Also er sagt, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, so winzig klein, kannst du zu dem Berg sagen, dann verschiebe dich. Also es kann ihm nicht sein, dass er damit meint, ihr Glaube war nicht groß genug. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man natürlich auch ein paar Bücher zu Hause hat, wo man ein griechisches Wort nachschlagen kann und da kannst du nämlich feststellen, dass dieses Wort klein nämlich nicht nur bedeutet von Größe, sondern auch bedeuten kann Dauer. Klein im Sinne von Ausdauer. Also ihr Glaube war nicht klein in dem Sinn, dass es nur winzig war, ihr Glaube war klein in dem Sinn, dass es nicht lange genug ausgehalten hat, gedauert hat oder sie festgehalten haben. Das ist der Punkt hier. Amen. Festhalten, nicht aufgeben. Das ist genau das, was Jesus sagt in Markus 11,24. Oder? Darum sage ich dir, was auch immer du im Gebet bittest und betest, Glaube, dass du es empfangen hast und es wird dir zuteil werden. Gib nicht auf zwischen dem Glaube, dass du es empfangen hast und es wird dir zuteil werden. Gib da nicht auf dazwischen. Da haben die Jünger aufgegeben, es war ein bisschen ein schwierigerer Fall hier mit dem fallsüchtigen Jungen, der ebtyleptische Anfälle gehabt hat. War ein bisschen schwierig. Sie haben schon alles versucht. Sie haben schon x verschiedene haben sie ja freigesetzt von Dämonen. Und auch hier haben sie es versucht. Wahrscheinlich alles. Auf dem Kopf gestanden und gesalbt mit Öl und Hände aufgelegt und geschrien und gemacht und getan. Wahrscheinlich alles, was sie nur wussten, was sie hätten tun können. und irgendwann haben sie gesagt, es funktioniert nicht, geht nicht. Sagen die Jesus, warum konnten wir nicht? Man geht zu früh auf. Manchmal sind gewisse Dinge ein bisschen hartnäckiger. Wir haben das letzte Mal mehr so ein bisschen darüber gesprochen, für den Zeitrahmen, wo du glaubst, dass du es empfangen hast, bis es dir zuteil wird. Halte fest. Ja, was heißt festhalten? Festhalten heißt, was sagst du weiterhin mit deinen Worten? Handelst du weiterhin wie kannst du weiterhin handeln? Ich weiss, vor ein paar Jahren, als wir ein neues Auto gebraucht haben, wir haben geglaubt, für noch einen Chrysler Voyager, habe gesucht im Internet, was es so gab und plötzlich kam da eines auf im Autoscout, oder genau das, was wir gesucht haben, zu einem sensationellen Preis. Und das war gerade am Abend spät und da sagte er mir, ich werde morgen früh dann gleich anrufen. Ich rief dann morgen früh an und er sagte mir, ja, so gleich, nachdem er es reingetan hat, das war so ein guter Deal, das Ding war bereits schon weg. Ich wollte ja einfach so nett sein, weil ich nicht um Abend um halb acht anrufen wollte bei dem zu Hause. Ich dachte, mein Lieber, das war ja auch eine Firma, oder? Und es war schon weg. Aber ich wusste einfach, nein, das ist mein Auto. Das kann doch nicht sein, dass das weg ist. Und so sagte ich ihm, wissen Sie was, hier, nehmen Sie meine Nummer und wenn der Mann, dem Sie dann Zuschlag gegeben haben, das nicht nimmt, dann rufen Sie mich an. Und als ich aufgehängt habe, natürlich alles in mir sagte, du spinnst ja, weil das war so ein sensationeller Deal, da gibt es ja keiner, der das nicht nehmen würde, der schon sagt, er würde es nehmen. Aber ich sagte einfach, nein, das Auto gehört mir. Ich habe aber auch gebetet für denjenigen, der es haben will, Herr, gib ihm was anderes, was Besseres für ihn. Aber das Auto gehört mir. Ich wollte ja jemandem nicht was wegnehmen. Ich will ja nicht böse sein. Ich sagte einmal, Herr, gib ihm was Besseres. Habe immer für den gebetet. Habe gesagt, Herr, das Auto gehört mir. Das Auto gehört mir. Jedes Mal, wo ich es gesagt habe, das Schrien mir, du spinnst, was machst du da? Und so ließ ich ein paar Tage gehen und jedes Mal, es ist immer wieder, oder, kam es mir, oder? Und ich habe einfach jedes Mal immer gesagt, nein, das Auto gehört mir im Namen Jesus. Herr, du gibst dem anderen Kerl was anderes, und er lässt los von dem Auto, weil das Auto gehört mir. So rufe ich an, so zwei, drei Tage später und frage nach, oder, wie ist es nun? Und da hat er gesagt, ja, er hat es noch nicht abgeholt, aber er wird kommen, hat er gesagt. Da habe ich ihm gesagt, bitte, Sie haben noch meine Nummer, oder? Er hat es irgendwo nicht mehr gehabt. Er hat gesagt, da ist meine Nummer, schreiben Sie es bitte auf, rufen Sie mich an, weil, ja, wenn das Auto nicht abgeholt wird, nehme ich es. Und so weiterhin alles in mir schrie, ich spinne es ja, da kommt ja jeder Moment, das abholen, und so vergingen wieder noch ein paar Tage. Man muss auch handeln, nicht nur sprechen. Die ganze Zeit habe ich gesprochen, ich sagte, das war das Schwierigste, was ich je gemacht habe. Das laut zu sagen, oder wenn niemand da war, ich habe es nicht einmal raus, aber ich habe immer wieder gesagt, immer wenn der Teufel kam und sagt, du spinnst ja, oder? Lass es los, das kann ja gar nicht sein, dass er es nicht nimmt, weil er könnte sie einfach nehmen, gleich wieder verkaufen und ein paar tausend Franken dazu verdienen. Er wäre ja blöd, wenn er es nicht nehmen würde. Was machst du denn? Oder? Das sind die Gedanken, die man hat. Aber was ist es, was du glaubst? Und ich habe einfach den inneren Zeugnis gehabt, nein, das Auto, das gehört mir. Und so habe ich weiterhin das gesagt. Manchmal, es war das Schwierigste, inmitten von dem Sturm des Zweifels und all dem, was da kommt. Und so rufe ich dann wieder an. Und er sagt, ja, er hat es noch nicht abgeholt. Eine Woche später. Oder? Und er sagt, ja, ich sagte ihm, aber ich würde sofort kommen und das abholen. Und er sagt, ja, wissen Sie, das ist ein bisschen schwierig, weil das ist jemand aus dem Dorf, wo wir sind und ich habe es ihm eigentlich versprochen und er hat besprochen, er würde kommen und das abholen. Also, mit dem habe ich sonst eben auch zu tun. Also, ich kann es nicht einfach nur, ja, Ihnen geben, weil Sie gleich vorbeikommen wollen. Ich sagte, also, haben Sie meine Nummer noch? Ich schrieb sie noch einmal auf und sagte, ja, eben, wenn es nicht abgeholt wird, ich nehme es. Und so, verging wieder ein Tag, da habe ich noch einmal angerufen. Manchmal musste einfach hartnäckig sein. Hat sich gar nicht groß geärgert. Hat nochmals gefragt. Er hat gesagt, er hat es immer noch nicht abgeholt. Ich sagte sie, und schließlich sagte er mir dann, also, wenn Sie, wenn Sie bis morgen früh kommen, ja, dann werde ich es Ihnen geben. So bin ich dann am nächsten Morgen, das war Mittwochmorgen, bin ich gleich hingefahren, Bargeld in der Hand, habe ich es ihm gegeben und habe das Auto gekriegt. Der andere hat es nicht abgeholt. Er hat es irgendwie aus irgendeinem Grund nicht abgeholt. Er konnte es selber noch nicht verstehen. Und er war bereit, es dann doch schlussendlich mir zu geben, weil der andere so lange das hinausgezögert hat, dass er schließlich sich frei fühlte von seinem schlechten Gewissen, dass er, obwohl es ihm versprochen hat, dass es ihm nicht geben muss, weil er kann man einfach nicht das abholen. Obwohl er im gleichen Dorf sogar war. Glaube, was heißt es? Es heißt sprechen. Es heißt sagen. Es heißt handeln. Es heißt handeln. Es heißt vielleicht, dem Arzt sagen, ich komme nochmals vorbei, ich möchte, dass Sie nochmal ein Röntgenbild machen. Sie sagen, ja, ist gar nicht nötig, wir haben schon eins gemacht. Nein, ich komme vorbei, machen Sie noch eins. Oder so eine zweite Meinung einfach holst von einem Arzt. Das ist sowieso immerweise. Ja, wenn es um eine ernste Sache geht, unbedingt eine zweite Meinung holen. Wisst ihr, was die Ärzte tun wollen? Ich habe gerade letztens von jemandem gehört, oder? Dem wollen sie mal eine Probe machen, etwas prüfen, was drin ist, was ist. Oder mit einem Tumor, ob es gutartig oder bösartig ist. Aber sie haben dem vornherein gesagt, sie können sich gar nicht operieren. Ja, warum wollen sie denn das untersuchen? Hallo? Aber manche Leute kommen dann gar nicht auf die Idee zu fragen, ja, warum machen? Warum wollt ihr denn das überhaupt machen? Das ist ein Eingriff, wo gar nicht nötig ist, wenn ihr sowieso nicht operieren könnt. Ja, wie auch immer. Also, sage einfach. Man braucht viel Weisheit. Gott sei Dank für Ärzte und Medizin. Die meisten von uns wären schon tot, wenn es das nicht gegeben hätte. Lobend Dank dafür, dass es Gottes Weisheit abreden. Man braucht Ärzte und Krankenschwester und Leute, die eben wirklich, man muss für sie beten, dass sie eben auch Weisheit haben, wie sie uns eben auch beraten und so weiter. Also, noch einmal. Wir sind hier beim Bartimaeus ganz kurz noch. Jawohl. Der Bartimaeus. Gehen wir zurück. Was war es hier bei den Jüngern in Matthäus 17? Sie haben einfach zu früh aufgegeben. Ich habe viermal angerufen bei dem Kerl, wegen dem Auto. Der eine hätte gesagt, so längst gib doch einfach auf. Und jedes Mal, oder? In mir schrie einfach, du spinnst, der ruft nochmal an, der wird sich ärgern. Aber der war gar nicht so gross verärgert. Er staunte darüber, ja, wie sehr will es. Du brauchst eine Arbeit. Du glaubst dem Herrn für eine Arbeit, für einen Job und so weiter. Da musst du dahinter. Du glaubst dem Herrn für eine Wohnung, ja? Du rufst an und es heisst, ja, nein, es ist hier nicht. Der ruft nochmals an. Und nochmals an. Wir geben zu schnell auf. Lass dich führen. Sei in dir, innen drin, einmal sicher, weil der Heilige Geist wird dich führen und wird dich leiten. Also, Bartimäus, es wird ihm dann hier gesagt, was in mir Markus Kapitel 10, der Herr ruft dich, steh auf und geh zu ihm. Und was macht der Bartimäus? Er springt auf und er wirft sein Gewand von sich. Und wenn Jesus zu ihm sagt, dein Glaube hat dich geheilt, ja, inwiefern sein Glaube? Nun, dieser blinde Mann hatte nämlich ein Gewand. Und den Juden war es nämlich so, dass den Blinden wurde nämlich ein Gewand gegeben, um die auszuzeichnen, dass sie anerkannte Fälle sind, die Hilfe benötigen. Und das war natürlich kein, wie sagt man, Sozialamt damals, aber was natürlich Pflicht war, für die Juden, waren nämlich die Leute, die eben behindert waren, die eben nicht selber für sich sorgen konnten, dass man für sich sorgen sollte. Und dieser blinde Mann, Bartimäus, indem er diesen Gewand hatte, das war das Zeichen für ihn, er saß dort vor der Stadt Jericho, dass er ein echter Blinder eben auch war und die Leute ihn unterstützen sollten. Also, das war sein Einkommen. Aber indem er diesen Mantel von sich wirft, kannst du dir mal vorstellen, was das für ein Ausdruck war von seinem Glauben, dass er nicht mehr abhängig sein will von den Almosen anderer, sondern dass er eine neue Zukunft zieht für sich. Da lag sein Glaube. Nicht, dass er einmal nur zu Jesus gekommen ist, sondern er warf sein Gewand von sich weg. Wow. Also da sehen wir eine Handlung, die natürlich auch genauso kräftig war wie die Frau mit dem Blutfluss, die durch die Menge hindurchgehen musste mit ihrer Schwachheit, dass er bereit war, nicht einmal nur, ja, ich will nicht mehr blind sein, ja, wie wird er dann weiter für sich sorgen? Was hat er überhaupt gelernt? Kann er überhaupt noch einen Beruf ausüben? Wie wird er überhaupt noch weiter überleben? Versteht ihr? Meine, er hat sich was überlegt, hat gesagt, ich glaube Gott, dass er für mich sorgen wird für eine neue Zukunft, in dem, dass ich Augenlicht habe und warf sein Gewand von sich und sagte, mein altes Leben soll vorbei sein, ich sehe ein neues vor mir. Und als er vor Jesus kommt, stellt ihm Jesus nämlich die Frage, eine Frage, wo wir sagen, Herr Jesus, warum musst du das fragen? Es ist doch klar, was er braucht. Denn er beschreibt Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Aber Jesus stellt ihm die Frage, was willst du? Was willst du? Was willst du? Und das ist manchmal auch unser Problem im Glauben, weil wir wünschen uns Dinge, aber wir sind nicht wirklich bereit, dass wir etwas wirklich wollen. Wir wünschen uns gerne, dass die Symptome aufhören, wünschen uns gerne, dass unsere Situation sich ändert, aber was wirklich wollen wir? Sind wir bereit, ein Gewand von uns zu werfen und zu sagen, Herr, ein neuer Anfang will ich von dir empfangen. Oder die Frau, die mit dem Blutfluss behaftet war, die bereit war, unter das Volk sich zu mischen und zu Jesus zu gehen, durch die Menge hindurch. Wow. Das ist viel mehr, als wenn Jesus sagt, dein Glauben hat dir geholfen. Es liegt an einem selber eigentlich. Wie sehr willst du etwas? Wie sehr bist du bereit, das wirklich zu sagen? Wie sehr bist du bereit, auch zu handeln in dieser Richtung? Und das Letztere hier, auch da, es heisst, also das Dritte war, und er empfing das, was er, sein Licht, seine Sicht, er sagt, was willst du, dass ich dir tun soll, Vers 51, der Blinde spricht, dass ich sehend werde und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt und sogleich wurde er sehend. Auch da, er empfing. Es heisst hier nicht unbedingt, dass die Kraft Gottes geflossen ist, es heisst nicht unbedingt, dass Jesus ihn angerührt hat, aber er empfing sein Licht und das Letzte war, was tat er und er folgte ihm auf dem Weg nach. Was meint ihr, was er getan hat auf dem Weg? Halleluja. Ich bin wieder sehend, er gab Zeugnis, er sagte das, was passiert ist in seinem Leben. Die vier Schritte, sprechen, handeln, empfangen und erzählen. Da könnte man ein anderes Beispiel nehmen, bekanntes Beispiel, David und Goliath, die wir alle kennen, auch er hat dasselbe gemacht, ihr alle kennt die Geschichte, oder? Was sagt er, oder? Wo er dem Goliath gegenübersteht, oder? Goliath stellt sich vor, was macht denn diese Jüngli, oder? Was bin ich denn da? Ein Hund, das ihr da so einen kleinen Jungen schickt, aber David sprach und sagt, ich werde heute deinem Kopf, oder? Von dir nehmen. Er sagte es, er handelte auch, indem er sogar heisst, dass er dann auf den Goliath zugerannt ist. Er rannte auf ihn los, stellt euch das mal vor. Und je näher er an ihm rankam, umso grösser wurde er, aber nicht im Sinne davon, dass er schwieriger war zu schlagen, sondern umso einfacher war es, ihn zu treffen. Wie auch immer. Und David also handelte und er empfing, also in anderen Worten, er schlug den Goliath und nahm seinen Kopf ab. Und dann erzählte er sogar noch davon. Wisst ihr, was er mit dem Kopf gemacht hat? Ihr könnt es lesen, er nahm den Kopf, ich meine, ihr könnt euch ja vorstellen, Goliath war ja dreieinhalb Meter gross, oder? Ihr könnt euch ja vorstellen, was für einen riesen Kopf der wohl gehabt hat. Also es war gar nicht so einfach, den zu tragen, wenn man sich das vorstellen will. Aber es heisst nämlich, ihr könnt es selber nachlesen, im 1. Samuel 17, Vers 54, er nahm den Kopf Goliath und brachte es nach Jerusalem. Warum Jerusalem? Nun, Jerusalem war noch nicht die Hauptstadt Israels. Jerusalem war noch nicht eingenommen zu diesem Zeitpunkt. In Jerusalem wohnten noch die Jebusiter, das war die letzte Stadt, die David später einnehmen würde. Und was hat David getan? Er nahm den Kopf Goliaths, brachte es nach, vor der Stadt Jerusalem, zeigte es den Jebusitern und hat gesagt, ihr seid die Nächsten. Und es war einige Jahre später und David kam in die Stadt, Jerusalem hat die Stadt von den Jebusitern weggenommen. Halleluja! Dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube. Ein letztes, ein letztes, kurzes Wort hier, bevor wir hier abschliessen. Lukas 5. Lukas 5. Lukas 5. Die Geschichte von dem lahmen Mann, den seine vier Freunde gebracht haben zu Jesus. Heilung des Gelähmten in Abwehr 17. Es heisst hier, und es geschah an einem der Tage, dass Jesus lehrt, und es saßen Pharisäer, Gesetzeslehrer, der aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa aus Jerusalem gekommen waren, und das Herrn Kraft war da, damit er heilte. Auch da sehen wir, die Kraft Jesu war da, aber an dem Tag wird nur dieser lahme Mann geheilt. Und die vier kommen dahin und sie wollen den Mann, ihren Freund zu Jesus bringen, aber das Haus war voll von religiösen Leuten. Und was tun sie? Sie gehen nicht nach Hause, sie sagen nicht, ja nun, dann ist es nicht der Wille des Herrn, sonst hätte es Platz gehabt für uns. Sondern sie sagen, da gehen wir aufs Dach und wir decken das Dach ab. Was auch immer es sein muss. Und es heisst hier in Vers 19, da sie nicht fanden, an welchem Weg sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge stiegen sie auf das Dach, ließen ihn durch die Ziegel hinab, mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Stellen Sie sich mal vor, die Versammlung, oder? Plötzlich fängt es an, da Licht mitten im Raum zu geben, ja, wird das Dach abgedeckt, was passiert wohl da? Ziemlich grosses Loch, oder? Weil er liegt auf einem Bett und die müssen ihn herunterlassen, oder? Also das war wahrscheinlich ein langer Gottesdienst, ja, haben wohl gewartet, was jetzt da noch kommt, oder? Aber schau mal hier, was Jesus sagt. Es heisst hier, ähm, und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann ärgern sich die Religiösen, weil er sagte, niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Und dann sagt Jesus ihnen, was ist leicht zu sagen, Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher. Und er sprach zu dem Mann, steh auf, geh umher, und er stand auf und ging. Aber ich möchte, dass ihr hier seht, folgenden Punkt hier, und als Jesus ihren Glauben sah. Er sah nicht einfach nur den Glauben von dem Mann auf dem Bett, weil er muss natürlich auch seinen Freunden erlauben, ja, mach das mit mir, als er ihren Glauben sah. Das ist auch noch wichtig zu sehen, du brauchst nicht einfach nur alleine im Glauben zu stehen, andere Leute können mit dir stehen. Der Glaube von den Fünfen hat eine Rolle gespielt. Den Glauben von den Fünfen, als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm. Deine Sünden sind vergeben, oder wo er später auch sagt, steh auf, nimm dein Bett, und geh nach Hause. Gott sei Dank hat dieser Mann, dieser lahme Mann hier, vier gute Freunde gehabt, die Glaubensfreunde gewesen sind. Die nicht ihm gesagt haben, und weisst du, ja, es hat sowieso keinen Sinn. Die extra Meile gegangen sind, den extra Weg gegangen sind mit ihm, aufs Dach geklettert sind mit ihm, haben die Ziegel abgedeckt und ihn in die Mitte vor Jesus. Alle Leute haben gedacht, spinnt ihr, was macht ihr da, seid ihr denn verrückt, was ist mit euch los? Ihre Handlung, die sie gemacht haben. Denn sie sagten sicher, wir müssen ihn zu Jesus bringen. Sie sagten sicher, als sie kamen, und es war kein Platz mehr da, sie haben miteinander sprechen müssen, sagen müssen, nein, wir gehen aufs Dach. Denn wenn wir dich zu Jesus bringen, dann wirst du gesund. Und er sagte wahrscheinlich auch, wenn ihr mich zu Jesus bringt, werde ich gesund, ihr müsst mich dahin bringen. Und was auch immer notwendig war, ihr seht ja auch hier ihre Handlung. Und dieser Mann, er empfing auch Heilung, weil als Jesus zu ihm sagte, steh auf, nimm dein Bett, geh nach Hause, bewegte er sich, stand auf und ging nach Hause. Könnt ihr euch vorstellen, wie es bei ihm zu Hause dann aussah. Als er dann laufend daherkam mit seinem Bett unter dem Arm. Aufgerollt, oder? Ob er verheiratet war oder nicht, wissen wir nicht. Oder einmal gesagt, Liebling, ich bin zu Hause und ich trage mein Bett, anstatt dass mein Bett mich trägt. So macht es der Herr. Der Herr will deine Situation auch umwandeln und ändern. Sodass du das Bett trägst und nicht das Bett dich. Halleluja. Dass du Heilung empfangen kannst. Dein Glaube hat dich geheilt. Vier Schritte. Du kannst immer wieder gehen zu Markus 5. Sag es. Was sprichst du? Was sagst du? Wenn du wirklich Heilung empfangen willst, dann musst du mehr als nur einmal am Tag schon gesagt haben, im Namen Jesus, ich glaube, ich habe Heilung empfangen. Durch das Wort Gottes. Durch Jesus wurden bin ich geheilt worden. Weil du wirst sicher mehr als nur einmal am Tag erinnert daran, wo du Schmerzen hast oder wo dein Gebrechen liegt. Du musst so weit kommen, dass jedes Mal, wenn du daran denkst, dass du immer wieder dazu sagst, durch Jesu Wunden bin ich geheilt worden. Das musst du eine Routine werden, das musst du eine Gewohnheit werden, denn der Teufel wird immer wieder sagen, nein, das wird nicht gehen, das hat nicht funktioniert, das ist schon für dich gebetet worden, dies, das, nicht. Du musst jedes Mal ihn zurückspucken mit deinen Worten und sagen, nein, durch Jesu Wunden bin ich geheilt worden. Amen. Und dann handeln, was auch immer das heisst, wie auch immer das aussehen kann, mit deinen Worten, aber auch mit deiner Handlung, was auch immer es ist. Ja, wie sieht dein Leben anders aus, wenn du gesund bist, wenn du dieses Gebrechen nicht mehr hast? Ich hoffe nicht einfach nur so, dass du dann jeden Sonntag Tennis spielen gehst, weil dein Ellbogen jetzt geheilt ist. Das wäre nicht gut. Amen. Aber wie sieht dein Leben aus, wenn die Verheißung wirklich manifestiert ist? Ah, okay. Also kannst du irgendwelche Handlungen unternehmen, dass das bereits schon vorbereitet? Verstehst du? Nimm dir Zeit, das zu überlegen. Ja, wenn mein Fuss geheilt ist, dann kann ich wieder normale Schuhe anziehen. Also ich gehe mir ein paar gute Schuhe kaufen, kostet mir was. Ja, was will ich da? Geld ausgeben für gute Schuhe, wenn ich noch nicht weiß, dass es so weit ist. Ja, das ist ein Problem. Wir wünschen uns viele Dinge. Aber was wollen wir wirklich? Haben wir den Mantel von uns geworfen? Sind wir durch die Volksmenge hindurch? Sind wir bereit, aufs Dach zu klettern? Versteht ihr, was ich sage? Da, wo Jesus sagte, dein Glaube hat dich geheilt. Und dann empfangen. Empfangen nicht, weil du es verdient hast, nicht weil Gott es dir schuldet, sondern du empfängst es, weil er es dir hinhält. Aber du musst dahin, zu ihm, um das zu empfangen. Amen. Glory to God. Steht bitte auf mit mir. Ich weiss, ich habe wieder lange geredet. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein paar praktische Punkte geben in deiner Situation, ob es um Heilung geht, körperlich, ob es um Sinneserneuerung geht, Depressionen, Dinge, die du Mühe damit hast. Jedes Mal, wenn du Tabletten nimmst, weil vielleicht vom Arzt verschrieben, setz sie nicht einfach nur ab von heute auf morgen, ohne dass du wirklich vom Herrn innerlich weisst. Aber fang an, jedes Mal, wenn du sie nimmst, zu sagen, im Namen Jesus, bin ich geheilt worden. Weil jedes Mal erinnern dich die Tabletten daran oder was auch immer du nimmst an Medikamenten, erinnern dich, ja, du bist krank. Aber du kannst es nehmen und sagen, anstatt dass es mich erinnert, dass ich krank bin, dann werde ich einfach sagen, durch Jesu Namen bist du geheilt worden und ich spreche über diese Medikamente, über diese Medizin, dass mein Körper hilft, ja, zur Genesung. Amen. Und dann melde dich wieder an zum Arzt und sage einfach, Sie müssen nochmals nachprüfen, ob ich wirklich diese Dinge wirklich brauche. Und dann gehst du hin und dann prüft er nach und dann vielleicht sagt, ja doch, Sie brauchen weiterhin diese Dinge. Okay. Dann meldest du dich wieder mal zum Arzt und sag, ja, Sie müssen nochmals prüfen, weil ich erwarte nämlich eine Heilung. Ja, jetzt sage ich, ja, nein, weisst du, die Leute, die das anfangen zu nehmen, die werden das ihr Leben lang gebrauchen müssen. Nimm den Fluch nicht an. Du bist nicht jeder. Du hast das Wort Gottes, das dir Heilung verspricht. Kapitulieren nicht. Wunder geschehen heute. Halleluja. Und fang an, dich zu bewegen, einfach in der Richtung. Nicht dich zu überfordern, das brauchst du nicht zu tun. Du musst das tun, was du weisst, in deinem Herzen, was richtig ist. Nicht einmal alle Medizin wegwerfen und denken, ah, weil ich die Medizin weggeworfen habe, dann muss Gott mich heilen. Vergiss es, du wirst sterben. Weil mit dem kannst du nichts von Gott erkaufen. Mit dem kannst du nichts erzwingen. Ist es aufgrund des Glaubens. Und nicht, weil die Medizin wegwirft, sonst könnten wir alle Medizin wegwerfen und dann werden alle Menschen gesund. und so funktioniert es nicht. Aber du weisst, was das Wort Gottes sagt. Halleluja. So, Herr, ich will dir danken heute Abend für dein Wort, Herr. Hilf uns, das wirklich in unserem Alltag zu integrieren, Herr. In jedem Bereich, Herr, wo der Feind uns oftmals in den Dreck ziehen möchte, wo oftmals einfach uns das vorenthalten will, was uns zusteht, Herr. Dass wir uns nicht Nein sagen lassen, in keinerlei Art und Weise, denn dein Wort sagt, Herr, dass wir durch deine Wunden geheilt worden sind. Dein Wort sagt, Herr, dass du unser Versorger bist, Herr, was auch immer wir benötigen und brauchen, Herr. Und auch an diesem heutigen Abend, auch hier, Herr, wollen wir auch gemeinsam so sein, wie die vier, die ihren Freund auch mitgetragen haben, Herr. Auch miteinander stehen im Glauben, Herr. Wie dein Wort sagt, Herr, sie werden Hände auf die Kranken legen und sie werden genesen, Herr. Es wird besser mit ihnen werden, Herr. Das ist dein Wort, Herr. Und kein Punkt, kein Ausrufezeichen, kein irgendwas wird sich ändern, Herr, an deinem Wort, Herr. Und wollen uns deinem Wort auch unterordnen in Jesu Namen, Herr. Und von neuem einfach Schritte unternehmen, die unseren Glauben, Herr, zum Ausdruck bringen, Herr. Dass wir deinem Wort vertrauen, Herr. Und nicht den Umständen und nicht den Dingen dieser Welt, Herr. Herr, wir haben, wir haben, glauben, wie einen Senfkorn, Herr. Weil wir geben nicht auf, Herr. Wir lassen nicht los, Herr. Wir glauben, wir haben empfangen, Herr. Und wir wissen, dein Wort sagt, es wird uns zuteil werden. Es wird sich manifestieren und offenbaren, weil wir es von dir empfangen haben, Herr. Wir empfangen es jetzt, Herr, in the name of Jesus. Halleluja. Glory to God. Ich möchte gemäß dem Wort Gottes handeln heute Abend für diejenigen, die die Hände aufgelegt haben möchten. In Markus 16, Vers 18, es heisst, Gläubige werden die Kranken die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Sie werden sich wohl befinden. Es wird besser mit ihnen werden, je nach Übersetzung, das du nimmst. Also in anderen Worten, nicht nur natürliche Medizin gibt es, das unserem Körper oftmals hilft zur Genesung. Es gibt geistliche Medizin durch Handauflegung, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Das wirkt von innen, die Salbung Gottes wirkt von innen und die Salbung dieser Welt wirkt von außen. Wisst ihr, was eine Salbe ist, oder was eine Salbe oder was wehtut, du reibst es ein, stimmt's? Oder dann heisst es, es wirkt durch die Haut, deine Haut ist empfänglich, wirkt und heilt und es wird besser werden. Aber die Salbung des Geistes ist eine Salbung, das von innen nach außen wirkt. Halleluja. Dafür ist die Handauflegung da. Das ist eine geistliche Salbung, das von innen nach außen, darum wird es besser mit dir werden. Also wenn du auch eine natürliche Salbe brauchst, preis dem Herrn, lass das Wirken von außen nach innen, aber mein Lieber, lass auch die Salbung noch viel mehr wirken von innen nach außen, weil die Salbung von innen kann noch weit viel mehr bewirken und tun, was eine Salbe von außen niemals machen kann. Versteht ihr, was ich damit meine? Halleluja. Amen. Glory to God. Amen. 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 Vielen Dank.